ok leute jetzt kommt ich mache so ich erzähle euch immer was und dann lese ich eure kommentare vor damit ich nicht durcheinander kommen und ich denke mal so schlecht ich zeige euch immer was auch bei den figuren ich pack's aus und wenn ich ausgepackt habe lese ich eure kommentare zumindest die die ich noch lesen kann weil immer zwischenrein da kommt ich wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander und ihr wahrscheinlich womöglich auch so also dann fangen wir jetzt mal an die firma kreis aus karlsruhe weltklasse von denen sind ja auch schon die selbst der bands gewesen das wisst ihr ja und jetzt gibt es ja auch noch diese charm bands und so weiter und die haben sich echt überlegt dieses jahr wirklich drei richtig richtig schöne kalender rauszubringen und das haben sie meiner meinung auch geschafft und wer das video gesehen hat als ich jetzt schon mal den dragons kalender ausgepackt habe der der war wirklich hammer ohne scheiß also wir jeden dragons fan absolut empfehlenswert die die dabei waren die haben es ja gesehen gerade die figuren waren weltklasse und grace hat nicht zu viel versprochen die waren wirklich exklusiv geschichten finden wir auch in den anderen kalender also ich zeige es noch mal der komplettheit wegen alle ich habe jetzt auch übrigens ist eigentlich auch so lieb wenn wir grace verschickt wisst ihr was da immer dabei ist ein tütchen haribo saft goldbeeren das ist lieb der kirche und banane damit auspacken doppelt so viel freude macht ist nicht nett jasmin of tools das würde sich natürlich mehr über über salzstangen freuen jasmin habe ich recht aber ja so sieht es halt aus alfin ist klasse also das hier ist der dragons kalender so sieht es aus und der ist richtig richtig groß ich stelle noch mal hier her kann man ein bisschen runter und ich zeige euch auch noch mal wie groß der ist ich halte hier mal meterstab hin so und zwar haben wir hier eine breite von 44,5 cm ist jetzt nicht richtig aber ich tatsächlich so und eine höhe von circa 32 cm und tief ist so ein kalender sowas um die 4 cm 44,2 cm also richtig richtig groß und im kalender habt ihr nicht nur hier sachen 24 dinge zum auspacken über die komplette adventszeit sondern ihr habt auf der rückseite auch nur so eine beschreibung was ihr in dem kalender hier drin findet das finde ich ganz großartig im grunde genommen war das hier gedacht für eltern hier steht es auch hier oben rechts eltern information dieses beiblatt kann entfernt werden das könnt ihr hier ganz einfach ab machen hier auf der seite sind solche aufkleber schienen moment so hier so schön weg machen damit ich nicht einreise dann könnt ihr das ganze ding hier einfach entfernen und dann habt ihr das blatt hier lose aufpassen im bildschirm dann könnt ihr es weg machen ihr wisst was ihr euch kauft was ihr eurem kind kauft was ihr verschenkt und wie ihr ja gesehen habt ist auch wirklich alles das drin gewesen und vor allem auch die exklusiv figuren hier stimmen jetzt zwar die die proportionen nicht richtig wie sie in wirklichkeit sind aber das habt ihr schon wieder gesehen bzw ich zeige es auch noch mal also der kalender ist jeden cent wert definitiv so und auf der rückseite gibt es auch immer ein entsprechendes spiel wo ihr auch noch spielen könnt hier mit so mit so spielsteinen die ausschneiden könnt und hier die ganze spielanleitung da könnt ihr hier auch noch spielen das finde ich hammermäßig klasse und das hier zieht sich durch alle kalender durch also hier der dreamworks dragons adventskalender merry christmas für 2015 dann habe ich hier noch bekommen den disney die eiskönigin kalender der ist nicht minder schön auch der ist echt klasse schaut euch an so sieht das ganze ding hier aus merry christmas adventskalender 24 türchen verschieden groß auch die türchen sind weltklasse präforiert gehen super aus das heißt es reißt auch nichts aus absolut klasse und auch er hat die gleichen maße die kalender sind also alle absolut gleich und die schauen wir mal auf die rückseite aber ich bin so gemein und macht dieses infoblatt mal weg dann bleibt spannender für euch was wir jetzt auspacken das ist alles drin das habt ihr es gesehen das ist alles drin klasse ich weiß was drin ist ihr wisst es nicht klasse auch hier ist ein spiel hinten drauf so und auf das gehe ich jetzt ein bisschen ausführlicher ein kann sein dass ihr jetzt ein paar streifen seht das liegt ganz einfach daran dass das ding hier gedruckt ist und die raster punkte die machen dass ihr hier ein bisschen streifen seht aber ich hoffe es geht einigermaßen oder so also leute hier haben wir die reise zum eispalast so nennt sich das ding hier haben wir sechs solche chips zum ausschneiden und das sind mehr oder weniger eure spielfiguren mit denen ihr euch über dieses feld hier bewegen könnt und ihr seht hier schön und der nummer eins bis zur 74 und hier oben letztendlich der eispalast mit der eiskönigin drin und auf diesen feldern passiert entsprechend was und hier haben wir auch die beschreibung dazu also ihr seht hier steidet die spielsteine aus und dann haben wir hier die ereignisfelder das sind eben die die ich schon sagte und da geht es so zu würfelt und zieht eure spielsteine abwechselnd entsprechend der gewürfelten augenzahl bis ein spieler das ziel erreicht und hier haben wir zum beispiel dieses symbol für die sonne hier schön der palast mit der sonne die sonne scheint der schnee beginnt zu schmelzen sie mit einem spielstein fünf felder vor dann haben wir hier schneeball du wirst in eine schneeballschlacht verwickelt und aufgehalten setze die nächste runde aus ganz krass haben wir hier noch so ein schnee monster da heißt es absturz du wirst von dem monster marshmallow auf deinem weg aufgehalten geht zurück auf start und beginne von vorn ist es krass das ist ja krass und der ist dreimal im spiel hier mit drin das ist ja der hammer ok also auch klasse also auch eine nette idee habt ihr einen adventskalender und spiel in einem und schauen wir uns noch mal hier das cover an ihr seht hier die einzelnen advents tage ein bisschen schwach aufgedruckt hier nummer 24 bisschen dünne schrift hier 22 da müsste ein bisschen suchen das macht das ganze dinge auch ein bisschen vorstrahlen geheimnisvoll so wie auch die einst prinzessin in ihrem film hier ist wie sind sie immer das war schön oder nicht schön gesungen aber so was ich ein bisschen unglücklich finde ich dass hier zum beispiel die zahlen in der schrift drin ist dann haben wir zum tag 9 hier irgendwie so ein bisschen geklemmt beim beim e und beim d drin die zahl 7 hängt auch beim e drin ist ein bisschen unschön aber das ist ja eigentlich alles halb so wild das cover an sich ist echt schön mit den ganzen hauptfiguren mit den hauptcharakteren drauf das ist schon klasse gemacht ja und so sieht das ding hier von der seite aus hier unten natürlich von grace schaut euch an tolle firma haben unfassbar viele sachen in ihrem programm und also macht immer spaß die sachen hier anzugucken dann haben wir sie von der seite hier noch mal disney die eiskönigin olaf und h wie heißt der elch svenne sven glaube ich adventskalender hier von oben hier seht das auch noch mal drauf hier die ganze charaktere auch schön gemacht hier ich weiß jetzt nicht wie die alle heißen wo es jetzt mir nach aber ihr seid ja teilweise echt experten ihr wisst es also so sieht das ganze ding von der seite aus und ich muss euch sagen das ding kostet ja wie schon gesagt 1999 eigentlich ist ja der kalender schon weihnachtsgeschenk mal ganz ehrlich ne und wie schon gesagt ich habe mit grace ein paar mal hin und her geschrieben wir haben uns echt überlegt wie wir das machen soll mit den kalendern soll ich jeden tag ein fensterchen öffnen oder soll ich alles öffnen da gab es noch ein paar überlegungen und ich habe gesagt egal wie ihr euch entscheidet ich mache das gerne so wie ihr das wollt und letztendlich haben sie mal tatsächlich ja auch erlaubt die kalender hier auch einmal auszupacken damit auch wirklich seht was ihr hier für das geld kriegt ihr seht zwar wie schon gesagt hier auf diesem blatt was drin ist aber es ist doch schon wieder noch was anderes wenn man die dinger hier live sieht finde ich zumindest immer was anderes ob du was gedruckt siehst und wenn du es live siehst so war es auch mit den sachen in den dragons kalender also ich finde die figuren in live noch besser als sie hier drauf gedruckt sind also von dem her hat sich das echt gelohnt auch wenn man mal so ein charmband dann in der hand hat ne oder hier auch den flummigummiball und den radierer und die pustels die pustels oh nein ich habe keine pustel drin in der pustel drin wenn ich mal gucken bitte keine pustel bitte lieber eismann keine pustel in der pustel drin ich hab's nicht lasst euch überraschen lasst euch überraschen wenn pustel drin ist singe ich so irgendwie ne ich hab so ein vollschuss aber einfach nur geil macht es spaß mit euch hier boah wie kommen zu 8000 zuschauer wahnsinn 8000 zuschauer 450 daumen nach oben leute dankeschön ihr seid ja der hammer 8000 zuschauer und 450 daumen nach oben ihr seid der knaller so was habt ihr geschrieben ich muss gucken salzbärchen behalte vertraue blind und überhaupt und dinscher wir wissen was drin ist aha ja wir du weißt vielleicht viele nicht besser hat sich aber keiner gemerkt so sieht es aus dinscher das stimmt sonja ich liebe oder manche menschen sind es wert für sie zu schmelzen noch das ist schön sondern mein herz schmilzt gerade für euch alle bin es so lieb dass ihr zuguckt und die schleim scheiß hier schon wieder rum aber was bei saika ruppi du musst zu dsds was glaubt dass da abgehen würde ach du schande da werden sie mich wahrscheinlich mit schneebällen bewerfen ne hier und 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 bruce würde sagen oh mein gott oh mein gott und ich würde sagen oh mein gosh oh mein gott und so irgendwie drama baby drama so sieht es doch aus leute lange rede wir fangen an als wie gesagt ich denke ich mal ein bisschen so für mädchen ausgelegt dafür gibt es morgen diesen kalender hier nämlich der dritte im bundel und zwar der star wars adventskalender das sieht ja schon mal hammer 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 aus allein schon von der optik hier auch alles hauptcharaktere ich habe mich mal ganz kurz schlau gemacht ich kann euch aber nicht sagen wie sie heißen also da bist du wahrscheinlich besser bescheid ich habe es nicht gemerkt weil ich mir die die serie eigentlich jetzt gar nicht unbedingt angucke aber ich denke viele jungs werden da komplett ausflippen wenn sie das ding hier irgendwann an art 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 oder hat so gesprochen die martianer von 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 dem team burton film art 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 ist doch was ich meine die mit den riesen hirnen die haben so gesprochen fällt mir rein marse tags marse tags für die bürden gut ich war ja viele waren da total darauf abfahren denke ich mir schon hammermäßig gemacht hier sind auch sehr sehr schön deutlich die tage und ja auch hier auf der rückseite ein zettel drauf was drin ist wo ich natürlich auch wieder abmachen werde denn lasst euch überraschen ich werde den morgen dann auspacken heute ein kalender morgen den kalender und da schauen wir uns den auch näher an das tolle sachen drin ok auch er hat so ein spiel auf der rückseite auch er ist aufgemacht wie die anderen hier auf der seite noch mal des star wars rebels und adventskalender aber alle drei kalender echten komplett unterschiedliches sein das haben sie schon echt schön gemacht klasse was für die kalender dieses jahr oder hammer also die schauen wir uns auf jeden fall morgen bisschen näher an heute machen wir sagen die eisprinzessin den adventskalender von kreis so und hier fliegt man gerade die halbe bude um ich stelle noch mal her ja und die lieben vrs hat mir geschrieben dass wirklich viel viel blut herz blut und tränen flossen bis der kalender fertig war und ich habe es ja schon beim ersten video gesagt also rot ab ganz ganz fettes lob beifall für die tollen kalender die wirklich gelungen sind hier und da gibt es vielleicht eine kleine kritik aber das ist ein witz gegen das was ihr hier rausholt wirklich toll das kann ich größer auch gerne mal schreiben was ich jetzt zum beispiel anders gemacht hätte aber hätte 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 letztendlich ich wäre gern mit am tisch gesessen wo dieser kalender besprochen worden ist vielleicht zu gerne mit dabei gewesen und ja hätte auch gerne meinen sand sind dazu gegeben weil ich finde es einfach fantastisch so was vor allem was ich halt toll finde an kreis irgendwo ist ein sehr sehr junger hersteller junger produzent die sich auch irgendwo noch mit den fans darüber freuen können die sich auch wirklich in das thema rein denken was würde mir jetzt als fan oder oder als sammlerin dieser serie gefallen und das finde ich kriegt ja auch in diesen kalender das kriegt ja auch in den kalender und ich habe keine ahnung wie hoch die auflage ist und dann irgendwie mit so vielen dingen dann preis von knapp 20 euro hinzukriegen auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht nicht unbedingt so leicht erschwinglich ist hartz 4 oder sonst irgendwie was oder der eine oder andere wird es vielleicht auch von ihrem taschengeld kaufen das ist natürlich 20 euro ein bisschen viel aber trotzdem ich kann nur sagen allein von dragons kalender her lohnt sich total wenn er euch überlegt was die sachen normal im handel alles kosten würde ist es hier vor allem in dem kalender schon echt klasse geschichte ohne scheiß jetzt so jetzt mal wieder ganz kurz lesen was ihr geschrieben habt das muss star wars rebels sein aber ich bin kein fan von star wars ja da stehen wir wahrscheinlich ziemlich alleine da ich glaube wenn der neue star wars film in die in die kinos kommt da da werden der der wird wieder alle rekorde brechen wahrscheinlich wobei star wars rebels ist ja eine fernsehserie von dem her ich glaube die würden über den tisch bringen aus dem fenster springen vor begeisterung das glaube ich dir gerne dinscher kreis hat's drauf boah das finde ich aber nett von dir klasse verwohle schade dass es kein star wars kalender zum neuen kinofilm gibt gibt es nicht keine ahnung habe ich noch gar nicht gesehen habe aber noch gar nicht geguckt müssen mal gucken dinscher hätte 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 fahrradkette klasse star wars ist überhaupt nicht mein sagt der berserker du bist für einen barbaren film angucken denn wie in maße text ganz genau alles klar dankeschön okay dann packen wir aus ich muss nur noch ein schmiedchen nehmen weil hier wird mein stimmchen und so weiter und so fort mein zartes stimmchen wahrscheinlich wird man noch ein paar mal hier entfahren ich glaube die der bohlen würde über den tisch bringen und aus dem fenster springen der würde wahrscheinlich gibt es doch auch so ein button wo dann so ein goldregen runter kommt ne den werden den würde der bei mir garantiert nicht drücken wollte ich nur sagen so freunde also ich bin echt gespannt was sich crazy hat einfallen lassen seit die heizungen wieder ein bisschen an sind trocken meine nase immer so schnell aus was ist denn los meine nase meine nase sieht in der regel eigentlich so aus so hab ich jetzt gerade die nase wie olaf nennt mich rulav die nächste stunde leute hier kommt ich fange jetzt an adventskalender tag nummer 1 tag nummer 1 war aber tag nummer 1 hier haben wir nur 1 um spannend auch hier wieder wumm ich liebe das rein zu drücken und es reißt echt nix ein es reißt echt nix ein klasse so gleich mal aufmachen schaut mal wie schön das aufgeht das ist nicht geil ach ist ja geil das ist ja cool schaut euch das an der erste tag im advent und wir haben hier gleich olafileinchen drin guckt euch an ich hoffe es geht einigermaßen ich muss das licht noch ein bisschen verändern so ich glaube so wird es besser ok olafchen ja ihn hat man ja schon echt in tausenden formen gesehen als sparkasse als kleines modell von bulli land und so weiter und so fort ja und ihr habt da ich glaube eine exklusive figur wenn ich mich nicht täusche hier so rupi näschen schaut euch an hier blauer mund augen hier die 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 stängelchen hier oben drin ah das ist schön weich das kracht euch auch nicht ab das finde ich cool hier auch die arme aus holz natürlich nicht nur sind alles plastik beziehungsweise gummi wir haben hier auch disney hinten drauf copyright disney und das ist ein bleistift wie heißt das bleistift moment wie heißt es pencil topper so leicht ist und hier bleistift und dann könnt ihr den hier so drauf stecken und dann hier schatz mein bleistift ich hab olaf aus dem bleistift mir geht's gut so sieht es aus cool könnt ihr so schreiten mit einem coolen olaf oben drauf finde ich nicht nette figur aber ihr könnt es natürlich auch so aufstellen ich hab klar ihr braucht dem nicht jetzt unbedingt gleich durch den popo schieben so sieht es anders aus sieht aus die amis haben doch marshmallows nicht ich denke immer marshmallows auf so stäbchen und drehen die dann über feuer und die sind dann so so karamellisierte die brennen ein bisschen an und die fahren da voll drauf ab das würde man natürlich mit unserem olaf hier nicht machen ich werde auch nachher wenn ich die figuren alle ausgepackt habe werde ich hier meine drehscheibe her holen und werde euch die figur noch mal ein bisschen hier genauer zeigen hier noch mal schön drehen so wie findet ihr denn ist der ok ist der nett für euch klasse ich kann euch auch die größe sagen moment meter stäbchen meter stark das hat die größe und sind ja die saftbären ich bin schon tierisch drauf boah die werde ich die werde ich die werde ich die werde ich sowas von vernaschen kann ich gar nicht sagen also boah olaf hat eine stattliche höhe von immerhin ähm 5,8 cm und das ist schon ne ihr seht ja meinen daumen hier ne der ist schon echt schön groß auch als aufstehen figur geht der absolut durch ne kein thema also nett gemacht und denkt dran exklusiv ne ne exklusive pencil topper figur und es gibt insgesamt drei exklusive figuren in dem kalender ne müsst ihr euch mal geben klasse also die nummer eins Olaf schön gemacht die proportionen hier stimmen absolut goldig ok die nummer eins so stehe ich mal hier auf die seite dann ähm und berserker war es auch ganz wichtig dass man das wieder zu machen kann und das schöne ist es bleibt auch drin das heißt auch wenn ihr die sachen rausgenommen habt ihr reißt hier nicht das ganze motiv kaputt ihr habt ihr immer noch schön an der wand hängen das finde ich toll jetzt mal gucken wo haben wir denn die nummer 2 sehe ich hier die nummer 2 4 7 äh 20 2 vorher geht es gleich weiter mit einem riesen fach hier oben haben wir die nummer 2 gleich mal reingucken was wir da drin haben auch das geht super oh wow ist das cool ach ist das cool das ist ein slap snap band und zwar ist das ein exklusives Moment ich muss mal gucken das ist ein exklusives boah schaut euch das mal an wow ist das Hammer oder ist das Hammer oder ist das Hammer guck mal wie weit es da hoch geht ist ja cool hier die ganzen Charaktere drauf Olaf und Sven in der Mitte Eisprinzessin und so weiter und so fort wie schon gesagt seht es mir nach ich kann mir die Namen nicht merken echt Anna und äh boah schreibt es gerne rein aber das ist doch schön oder boah cool vor allem wenn ihr das dann hier wütz um euer Gelenk schaut mal wie groß das ist wie schön mit meinen Haaren ne das sieht übel aus aber ähm selbst ich krieg es um mein zartes Rehgelenk ne also ganz toll für Mädchen vor allem hier schaut mal ich ja krass äh ich meine ich ja Grace klassisch echt schön hier schaut euch den Hintergrund an mit den Sternen ähm mit den Eissternen übrigens das sind Photoshop Sterne ne ohne Scheiß jetzt das ist tatsächlich im Photoshop gemacht die Sterne das ist ja cool klasse das ist eine Werkzeugspitze aus Photoshop cool aber ist echt schön hier das ganze wie ne also hier mit den Hörnern von Sven in der Mitte das sieht ja klasse aus oder oh ich muss dann noch eure Kommentare lesen Leute ganz kurz hier noch die Größe so ein Slap-Snap-Band ist ungefähr 16 cm breit und schaut mal wie hoch das ist mit den anderen hier 5 cm knapp boah also das ist echt eines der schönsten Slap-Snap-Bands was ich bisher gesehen habe ohne Scheiß das ist mal richtig klasse und das ist exklusiv es gibt ja ähm allgemein die Slap-Snap-Bands und zwei exklusive findet ihr nur hier in diesem Adventskalender drin ist das nicht Hammer so was habt ihr denn jetzt geschrieben ich muss mal ganz schnell gucken soweit ich halt lesen kann oh Olaf Favole lacht Favole oh wie süß Olaf Ninja Mini Olaf Jasmin love tut das äh Elsa die Eiskönigin genau Elsa und Anna ne alles klar Larissa boah ist das cool ja aber hallo Adisa sagt hat es noch andere Sachen natürlich bleibt dabei du wirst sehen da kommen noch massig tolle Sachen raus Larissa ja der kommt bestimmt aus Baden-Württemberg der meinst du mich? ja der Rupi kommt aus Baden-Württemberg so siehts aus ich kann auch Schwäbisch schwätze bloß nur wirds ein bisschen schwer mit's Verstande ist er da drum red ich so gebrochen Hochdeutsch gebrochen nehmts bitte wortwörtlich mir kennet alles außer Hochdeutsch und in Karlsruhe und Grace herkommen da reden sie ja schon wieder noch anders ne Karlsruhe ah jo her du ne a la a la a la gut das sagt sein Karlsruhe geil meine Miri ja das ist erst Türchen Nummer 3 ne das war Türchen Nummer 2 hier wer hab ich jetzt Olafskenn und Slapsnap Band das sieht doch auch schon toll aus oder? wär ich ein Fan der Serie würde ich jetzt schon komplett ausrasten zwei so geile Teile hintereinander ohne Scheiß find ich toll echt find ich toll so ähm meine Miri 2k achso 2k meinte ich alles klar boah 457 Daumen nach oben Leute viel lieben Dank ach seid ja lieb neun tausend Zuschauer das lohnt dem Wahnsinn klasse ah ok wir machen gleich weiter mit Türchen Nummer 3 wo haben wir denn? 6 wo ich hier 3 6 ist Nikolaus hier haben wir 3 oh ganz kleines Türchen hier haben wir da haben wir da was 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 haben wir da drin ganz kleines Türchen Achtung oh schaut mal wie Sven guckt ne der guckt auf die Nummer 21 da spannend ist drin so also ah hier haben wir Stickers drin cool also schau mal die ersten Stickers ich mach die Türchen immer gleich wieder zu damit ihr seht es bleibt zu das ist toll Stickers hier Frozen hier haben wir einmal ne die 4 hier im Bild da haben wir hier die ganze Mannschaft nochmal also ganz cool die sind 1,2,3,4,5 Stickers auf dem kleinen Ding hier drauf und die sind wirklich mini total goldig extrem klein aber echt goldig selbst das hier das ist ja der Hammer oder? das ganze Stickers Teilchen sind glaubt 10 cm oder sowas ne? ja 10 cm also ganz ganz kleine Stickers Ideal natürlich hier fürs Poesie Album ne oder ins Heft rein und so weiter und so fort und das ist schon das ist schon klasse oder? also ich denke mal ein Mädchen gefällt sowas klein aber fein muss nicht immer gleich so riesig sein wie meine Finger hier ne also das ist der dritte Tag bin ich mal gespannt wie es weitergeht mal kurz lesen was ihr wieder geschrieben habt Squeezy hier ist ein Zuschauer der nennt sich Rupi Fan ja das ist der Hammer wer ist Rupi Fan? ich bin total begeistert hallo Rupi Fan ich bin dein Fan ich fähne dich zurück ich werde dich sofort fähnen pass mal auf wo ist der Rupi Fan? hier ist der Rupi Fan ich hab dich schon gefähnt klasse also ich bin dein Fan Hammer ein Fan das bin ich ne oh Elmo ist auch da hallo Elmochen also jetzt kommen wir schon zu Tag 3 ach ne haben wir ja 3 ach du liebe Zeit Slapsnay Band Olaf und das dann kommen wir jetzt zu 4 wo ist hier 4 seh ich 4 seht ihr 4 hier hab ich 4 boah guckt euch mal an ein riesen 4er Teil boah was ist denn da drin darf ich mal gucken die Nummer 4 was haben wir hier oh ich muss noch ein bisschen weiter reindrücken so zack ok oh oh was haben wir oh guckt euch an guckt mal rein das ist so ein Charm Band mit nem Charm dran cool und es glitzert sogar toll boah da habt ihr euch echt ins Zeug gelegt schau mal erstmal das hier an das ist dieses Beihäftchen äh die gibt es in in blind bags ne so Tütchen da könnt ihr diese diese Charms kaufen und so sieht es von vorne aus ne also das sind verschiedene Motive Charm Band zeig ich euch gleich wie das aussieht Frozen Charms 3 von 5 Frozen Charms und die hier könnt ihr alle sammeln ach die sind ja goldig oder also die gefallen mir jetzt sogar ohne Scheiß besser als die von Dragons ein bisschen besser wie die von guckt euch mal an das sind ja echt goldige Motive ne hier die Schneekönigin Elsa Anna in allem möglichen oh hier haben sie sogar lieb guckt mal die unarmen sich hier sogar ist ja goldig echt da wird ja sogar mein mein altes Männer Herz weich und ganz viele Olaf drei Olaf Motive und natürlich auch Sven darf auch nicht fehlen ist ja goldig ne also die könnt ihr alle sammeln und an das Band dran machen das ist ja schön und so sieht das Band aus guckt auch guck da ist das was ich um armen dran ist das nicht goldig guck mal wie süß das ist ach das ist goldig hier Herzchen und die beiden drücken sich so lieb haben die sich ist ja der Hammer so lieb habe ich euch Leute so lieb habe ich euch bin ich ganz großartig hier Herzchen von Rupi ganz großartig und dieses Band hier glitzert also mit Glitzer könnt ihr mich eigentlich jagen aber in dem Band für Mädchen drin oh das Herz dreht sich das sieht klasse aus schaut es euch an ach da gehen doch Mädchenherzen auf oder jetzt ohne Scheiß das ist schön elastisch seht ihr das ich kann es hier ein bisschen ziehen und das Herzchen könnt ihr auch raus machen geht ganz einfach raus was ihr nicht gesehen habt und das könnt ihr dann an eine andere Stelle einfügen ich mache es jetzt hier wieder rein du denkst eigentlich gar nicht dass das riesen Ding hier in das kleine Loch rein geht geht aber gut ich mache es mal hier zack geht schon drin also auch für Kinderhände geht es ganz einfach und das ist schön Gummi absolut schön elastisches Gummi oh ich habe es nicht ganz in der Mitte mache es noch ein bisschen weiter rüber so kommt da rein jetzt ist es wieder schön in der Mitte das Herzchen ach ist das goldig Gott ist das goldig da wird doch da wird doch da freut sich doch das ist doch wie Weihnachten schon oder da freut sich doch jedes Mädchen drüber Hammer klasse also das war jetzt schon Tag 4 also lauter tolle Sachen bis jetzt oder absolut ach Gott Leute was gibt ihr mir da für Herzchen ach seid ihr goldig was geht denn ab was habe ich denn habe ich irgendwas gesagt Leute was was habt ihr denn alles geschrieben Rupi Fan wurde eigentlich der Drangskaneler schon ja der wurde schon geöffnet aber ich pack noch mal auf ich pack noch mal aus morgen abend oder übermorgen werde ich den Drangskaneler nochmal komplett auspacken auch ungefähr um die Uhrzeit okay Favoli gibt Herzchen und und Danny wie best best was weiß ich Dankeschön nochmal Herzchen Elmo danke fürs Herzchen Berserker Herzchen Rupi Fan Herzchen tausend Herzchen zurück mein Tante Miri schreibt die Herzchen Gang haha ihr seid klasse Leute ist ja der Hammer jetzt mal echt die 4 Dinger bis jetzt schon Olaf Slapsnap Band Charmband Mithärzchen und Aufkleber 4 Tage hintereinander so geile Geschichten boah aus welchem Kalender holt er das raus jetzt mal ohne Scheiß Hammer so da muss ich gleich schnell gucken boah was ist dann bei Nummer 6 erst drin oder äh Nummer 5 wo hab ich hier 5 hier unten hier ganz unten rechts ist Nummer 5 das haben wir hier drin bitte kein Puzzle haha bitte kein Puzzle so hier haben wir ach ein Charme guckt's euch mal an ein Schneeflöckchen ach nein das ist kein Charme Quatsch das ist ein Moment wie heißt das ach Gott ist das goldig das ist ein Freundschaftsring das ist ein Freundschaftsring guckt's euch an Schneeflöckchen als Ring ach Gott ist das goldig das ist ja oder da seht ihr ungefähr auch die Größe übrigens nochmal ganz schnell zu diesem äh zu diesem Charmband wenn's interessiert wir haben wir eine Länge von circa 20 cm also das kriegt ihr locker um euren Arm rum überhaupt kein Thema passt super und ich darf euch sagen mega positiv das Ding hier glitzert aber ich hab kein Glitzer an den Fingern doch hab ich egal aber toll toll und hier dieser Ring kriegt denn um den kleinen Finger ach guckt mal so krieg ich ihn drüber hier so Rupi Fingerchen oh ne Freundschaftsring und da gibt's zwei Stück drin bin ich ja tierisch auf den nächsten gespannt so sieht es aus voll goldig ne Schneeflocke grad für den Winter ist doch toll oder und übrigens ist aus Gummi ne ihr kriegt's also echt über jeden Finger drüber überhaupt kein Thema wenn's ihr halt irgendwie über den Daumen macht dann kriegt ihr auch noch ein rotes Köpfchen weil's euch das Blut abstellt ein goldiges blutabstellerchen ne ist echt goldig ohne Scheiß das find ich echt ne nette Idee also hier Freundschaftsring so goldig so ähm dann nehme ich genau Elmo was hab noch 20.000 von den Münzen keine Ahnung wieso weil du gestreamt hast ist doch klar und weil du mir die alle geben kannst nein brauchst nicht äh kauf dir was schönes davon kauf dir Freundschaftsringe oder Freundschaftsbändchen dafür das muss man kaufen Squeezie gibt Herzchen Squeezie Herzele zurück Dankeschön Berserker Elmo willkommen wenn du streamst oder beim streamen zuschaust so sieht's aus ohhh ein Schneepflückchen ohhh Verwöhlchen so schön dass hier reinguckt Klasse Jincha schreibt cute jasminloftutnis goldig gell total goldig Moment kann ich das im Olaf hier anziehen ich probier mal ob es im Olaf anziehen kann jetzt schaut euch das mal an oh er hat's gefressen haha Olaf nicht aufs Ringchen besen so jetzt hat er's um Hals guck mal Olaf hat den Freundschaftsring um Hals Freundschafts Olaf ist doch auch schön oder so gleich wieder runter machen das seht ihr gleich mal wieder die Qualität von den Figuren ne bei anderen werden vielleicht sogar die Stängelchen hier abgekracht oder die Nase die trockene Heizungs Rupi Nase schau es euch an also klasse so Rupi mach weiter das war Tag Nummer 5 jetzt kommen wir zu äh Nikolaus wo ist Tag Nummer 6 grad vorhin habe ich es auch noch gesehen Nummer 6 Nummer 6 hier oben hier haben wir die Nummer 6 und bin gespannt was wir hier drin haben ist wieder ein größeres Fach Achtung was haben wir hier oh klasse oh toll ja schaut's euch an die nächste äh Figur Pencil Topper ah die ist ja auch nett gemacht schaut's euch an der hat auch eine schöne Größe und boah die Füßchen Hammer guckt's euch an kommt es einigermaßen ich muss dieses Licht noch ein bisschen anders machen aber kommt einigermaßen hat ein nettes Gesicht ein schönes Kleidchen an guckt's euch an wie im Film ist doch goldig und vor allem die Stiefelchen Gott hat die putzige kleine Stiefelchen ganz zarte Füßchen ne ich hab Schuhgröße 44 ach du liebe Zeit und schaut mal hier ist sogar unten noch blau wir haben hier blau dann haben wir hier Violett wir haben äh dieses diese lila Blümchen mit drin lila Umhang schwarzes Oberteil und auch da ist noch so ein Blümchen drauf kann man das sehen seht ihr das da ist noch ein Blümchen auf der Bluse oder irgend sowas und auch der 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 das 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 Taillen der Taillengurt auch noch eine andere Farbe hier die die Zöpfchen schön und hat sogar blaue Augen und eine Pupille drin das ist ja der Hammer nicht schlecht ist aber kein Gummi ist Plastik und auch das ist ein Pencil Topper aber wer schiebt den wer wisst ihr was ich meine aber egal ich mach es jetzt halb also ihr kriegt es dann hier so auf dem Stift drauf und habt sie dann hier auf dem Stift ein schöner Topper ne so hier du 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 was hat da Tolles ha ha exklusiver Pencil Topper so sieht es doch aus also echt schöne Figurchen äh ich halt noch mal Olaf daneben ne so die beiden schau mal wie 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 grazil die gearbeitet ist und dann hier Olafchen dagegen ne hier Schneeklöpschen aber echt goldig ne also echt schöne Figuren kann ich nicht sagen ist es jetzt Elsa oder ist es Anna hä ich weiß jetzt gar nicht ich glaube Elsa ist die Königin und das ist die Anna ne wenn ich mich nicht täusche ach Gott ja äh was hat er geschrieben Elmo Kaffee Brötchen und Rupi perfekte Abend oh Elmo dankeschön echt das sage ich auch immer gerne zu deinen Videos hey perfekte Unterhaltung so ähm steht sie eigentlich ne die steht nicht ne oh wie stehe ich die nachher hin tja die hat so dünne schmale feine grazine Füßchen die steht echt nicht von alleine muss ich irgendwie Knet runter klemmen aber ich werde die Figuren wie schon gesagt alles nochmal nachher auf die Drehscheibe stellen dann könnt ihr euch nochmal angucken also das war doch äh ein schöner Nikolaus wenn ich frag dann wo haben wir hier die Nummer 7 die Nummer 7 sieht hier irgendjemand von euch die Nummer 7 16 17 18 ach hier hier ist die Nummer 7 oh die ist ganz schmal was ist denn da drin das ist ein ganz schmales Fensterchen Türchen was ist denn das was ist denn das was ist denn das was ist denn das ist ja was was ist denn das ist ja ganz was zartes Moment was ist das ein Haargummi das ist ein Haargummi das ist ein Haargummi guckt's euch an ach bisschen weiter weg könnt ihr sehen Anna und Elsa und das ist hier ein bisschen zusammen geknotet Und macht es jetzt noch schlimmer? Ne, so geht es auseinander. Boah, das ist ein Haargummi. Schaut es euch an. Hier geht das Gummi durch. Stehenbar natürlich, ganz klar. Hier ist so eine kleine Kugel dran, wo es zusammen gemacht ist. Und das könnt ihr hier, wenn ihr entsprechend Haare habt, könnt ihr es reinflechten. Habt ihr ein schönes... Boah, schaut mal an, wie weit ihr das ziehen könnt. Boah, ich habe... Aua! Aua! Meine Finger, meine Finger, meine Finger! Also ein schönes Haargummi mit dem echt goldigen, blumigen Motivchen. Ne, Anna und Elsa, so sieht es aus. Hier steht immer Copyright Disney drauf. Aber ich denke mal, für Mädchen ist das schon goldig. Ein Bartgummi, schreibt der Berserker. Ja, das wird auch durch mein Bart gehen, aber definitiv mit dem Blümchen drin. Geile Idee, muss ich sagen. Geile Idee. Klasse. Ach Gott, im Himmel, Dinscher hat was geschrieben. Du hast den Stift nicht dorthin geschoben. Doch, habe ich. Habe ich. Oh mein Gott. Fabole, sehr schick, schreibt sie. Klasse. Elmo, das reicht für den Ruki-Bart nicht, dafür brauchst du einen Lasso. Ne, so lange schon noch nicht, aber er hat jetzt schon eine ordentliche Länge. Das kann ich euch sagen. Das war Nummer 7. Jetzt, wo haben wir denn die Nummer 8? Hier, ganz links haben wir die Nummer 8. Hier drüben. So. Okay, wollen wir das mal hier drin haben. Ah, hier ist wieder ein Slap-Snap-Band drin. So, natürlich auch das kleine Teilchen hier dazu. Das ist eins von den regulären. Das ist, glaube ich, ein reguläres, oder? Und ich kann euch sagen, auch das ist echt brutal schön. Das ist echt schön. Guckt euch das mal an. Hier, oder? Ist das nicht schön? Für Mädchen, hier auch die ganzen Charaktere mit drauf und die hier blumig umrahmt. Die machen sich doch echt Gedanken. Ist das nicht toll? Auch dieser Hintergrund ist immer schön gemacht. Immer komplett unterschiedlich. Im Gegensatz zu diesem Armband hier. Ist doch echt schön. Hier sind wir wieder mehr beim Rosa mit drin. Mit diesen leichten Punkten hier drin. Das haben sie echt schön gemacht. Disney, www.disney.com-frozen von Craze. Echt schön, klasse. Hier wieder Slap-Snap-Band. Absolut top, das Teil. Echt klasse. Und wie schon gesagt, ihr könnt es auch um eure Beine machen. Um die Fesseln. Sieht auch klasse aus. Habe ich ein paar Mädchen dieses Jahr gesehen, wo das um die Beine rum hatten. Glaubt man gar nicht, ne? Ja, und hier zeige ich mal, was es alles gibt. Es gibt hier die normale Armbänder. Wer es noch gar nicht gesehen hat oder wer die sammeln möchte, auch die kriegt ihr in diesen Blindbags drin. In diesen Folienbeutelchen. Dann gibt es hier drei rare Armbänder. Auch echt schöne Motive. Hier, das ist sogar eine rare, sehe ich gerade. Und ultra rare. Hier, klasse Olafchen. Den hatte ich zum letzten Mal, glaube ich, auch dabei, als ich die ausgepackt habe. Also, da gibt es zwölf Bänder plus diese zwei Exklusiven in diesem Kalender hier drin. Also, echt goldig. Also, muss ich schon sagen, lauter schöne Sachen bis jetzt. So, dann war das hier die Nummer acht. Moment, wir müssen sie ihn schöner hin machen. So. Okay. Dann brauche ich hier die Nummer neun. Die Nummer neun haben wir hier unten. Das ist wieder ein rundes Türchen. Was haben wir denn da drin? So. Vorsichtig. Dass ich nichts kaputt reiße. So. Geht toll auf. Ah, okay. Also, wir haben wieder ein Stickers drin. Was haben wir dieses Mal drauf? Es sind auch immer verschiedene Stickers. Okay. Ach, das ist ja krass. Klasse. Chillin' in the sunshine. Hier, Olaf. Am Strand. Unterm Schirm. Cool. Selbst dieser Ball ist ein Aufkleber. Der Sonnenschirm. Ein Eimerchen mit einer Schaufel drin. Und Olaf im Glück. Im Urlaubstaumel. Total goldig. Also, ihr seht, ihr kriegt hier total unterschiedliche Stickers. Auch das Ding ist 10 cm groß. Ganz, ganz kleine Stickers. Ideal für die Hefte oder eben fürs Poesie-Album. Klasse. So. Dann brauchen wir hier jetzt die Nummer 10. War ich bei 10? Ja, die Nummer 10. Wo haben wir die? 20, 23, 10. Hier. Also hier, Türchen Nummer 10. Oh, da haben wir. Das ist ein Charme, ne? Das ist ein Charme. Und die sind auch echt schön reingemacht. Hier, schaut es euch an. Auch ein total goldiges Motiv. Hier, guckt es euch an. Mit Sternchen. Und die Dinger sind erhaben. Also, die sind nicht flach. Kann man so ein bisschen sehen. Die sind tatsächlich gewölbt. Hier, das Dekolleté geht nach oben. Der Kopf geht nach oben. Wölbt sich ein bisschen raus. Also, 3D Charms. Echt schön. Hier wieder das Teil hinten dran. Und das können wir natürlich auch gleich, äh, an dieses Charmbändchen mit dran machen, ne? Ich mach das gleich mal hier daneben. Mach ich grad hier rein. So. Geht also ganz einfach dran. Da haben wir schon zwei solche Charms an unserem Charmbändchen dran. Ist nicht goldig? Also, echt goldig. Die passen auch drin. Also, die sind wirklich nett gemacht. Gefallen mir besser als die von Dragons. Gefallen mir echt besser. Richtig, richtig schön. Vor allem toll. Farbig. Ich, ich möchte nicht wissen, was das bei der Produktion kostet. Ohne Scheiß. So klein das Ding auch ist. Ist toll, oder? So. Jasmin noch tust los. Essen. Was ist essen? Oh, ja, die isst ganz wenig, unsere Jasmin. Die ist genauso schlank wie unsere Eisküche. Jasmin. Bist du das womöglich? Hä? Der Blick? Ne? Hier wird auch ein Stift reinpassen. Die schlanke Taille. Und Jasmin ist bestimmt eine ganze Arig-Hübsche. Garantiert. So. Oh, die sind bestimmt Jasminchen. Verkleidet als Eiskönigin. Jetzt wissen wir auch das. Dinja, du kannst auch im Traum essen und mehr. So sieht's aus. Sonja, Olaf hat immer sein kleines, persönliches Schneegestöber über sich. Hat Elsa für ihn gezaubert, weil er schon immer im Sommer sehen, weil er schon immer Sommer sehen will. Ach, alles klar. Das heißt, wo Olaf ist, neigt's immer. Egal wo ich. Auch in der Sonne ist ja klasse. Verwohle, gibt es keine Puzzle. Nein, ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, kommen da noch Puzzle. Oh, Grace, bitte keine Puzzle. Jetzt geht's weiter mit 11. 11 ist genau daneben. Ein rundes Türchen. Und da bin ich jetzt fisch gespannt. Was haben wir hier drin? Was haben wir hier in der Nummer 11 drin? Vorsichtig öffnen. Uh, 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 uh. Ah, ein Button. Ein Button haben wir drin. Oh, krieg ich den raus? Uh, okay. Machst du. Übrigens, wenn die Dinger reißen, ihr seht das, dann reißen die nach innen und nicht nach außen. Ne? Also ist cool. Das heißt, euer Motiv geht nicht kaputt. Und das find ich wirklich klasse. Echt, find ich klasse. Also, hier Button. Schaut's euch an. Hier, Dream Team. Anna, Elsa und Olaf. Ah, Olaf ist hier mega cool. Der ist hier echt klasse drauf. Bombig. Echt. Ganz, ganz schön. So, und hier aber aufpassen, denn hier ist tatsächlich eine Nadel drin. Ne? Es gibt ja auch Buttons mit Plastik, äh, Klammer hinten dran. Hier haben sie halt eine Nadel genommen. Und übrigens, ne? Ich werde euch mal, ich werde mal ein paar Fan-Buttons machen. Ich zeig euch mal, wie man solche Buttons herstellt. Äh, und dann werde ich euch die, äh, ähm, wie sagt man so schön, individualisieren. Da kriegt jeder von euch so einen Button. Die lasse ich gerne springen, denn die habe ich früher massenhaft gemacht für irgendwelche Events und so weiter. Aber das, ein weltklasser Button. Leute, ihr habt, ihr müsst mal sehen, was hier alles neben mir jetzt schon liegt. Das sind so tolle Sachen. Ich zeig euch die noch halt nochmal alle zusammen. So, jetzt kommen wir auch schon zu Tag Nummer 12. Rupi-Fan, danke. Ja, überhaupt kein Thema. Äh, ich helfe dir da gerne weiter. Ähm, lass uns einfach noch drüber sprechen, wenn ich den Kalender hier durch habe. Und, ähm, Favole schreibt, yay Buttons, Maldanemiri, ein Rupi-Button, mega. Doch, machen wir, machen wir. Ich kann da sogar jeden individualisieren, wie schon gesagt. Oder personalisieren, personalisieren. Äh, mit Motiv drauf und eure Namen drauf. Für, äh, Maldanemiri, für Favole, für Elmo, für Rupi-Fan, für, oh, Sonja, für Danyby, für alle. Ne, kein Thema. Leute, 479, fast 474 Daumen oben. Boah, und Zuschauer ohne Ende. Hammer, geil. Was wünscht man sich mehr bei diesem tollen Kalender hier? So, das war Nummer 11. Wo ist Nummer 12? Seht ihr hier irgendwo? Wo haben wir die? Hab ich nicht, äh, haben wir denn, wo ist denn die? Wo haben wir es denn? Nummer 22, Nummer 14, Nummer 19, 9, 15, 22, 13, äh, Bosch Nummer 12. 12, 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 12. Hier, riesengroß, Nummer 12. Äh, Sonja, was auf dem Button sind auch noch zwei Slow Guys drauf, bei Olaf im Arm, die passieren, wenn Elsa Schnupfen hat. Ohne Witz. Du meinst, die beiden sind die Snow Guys? Die beiden hier? Ja, du hast ja drauf, cool. Was, ich würd's für zwei Euro holen? So ein Button? Ne, 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 die kriegt ihr dann so. Die kriegt ihr so von mir. Das ist einfach Bonus an euch, weil ihr so tolle Zuschauer seid. Mach ich gerne. Da will ich kein Geld dafür. So, jetzt schauen wir hier in die Nummer 12 rein und die haben... Ach Gott, schaut euch das an. Was sind das? Das Haarspangen? Und, wenn wir mal gucken, wie die... Ah, die gehen so raus, okay. Die gehen auch alle schön raus, die Sachen. Gleich zwei... Moment, sieh das wirklich? Ich muss hier ab schon... H-Klammern. Das sind H-Klammern. Und die glitzern sogar. Schaut die mal an. Gleich zwei Stück drin. Das ist ja cool, oder? Boah, die glitzern toll. Seht ihr das? Kommt das einigermaßen rüber an der Kamera. Ja, ne? Und dann hier auch rosa. Und das ist... Metall, ne? Das ist tatsächlich Metall. Könnt ihr so rausbiegen hier, tatsächlich? Moment. Hier ein bisschen entgegen drücken. So, ne? So geht es auf. Und das ist echt... Das ist echt stabil. Boah, das hat echt Widerstand, mein lieber Scholli. Und das hält auch echt klasse. Also, zwei wunderschöne H-Klammern am 12. Tag. Zwei Sachen in einem Türchen drin. Die hätten sie ja auch noch aufteilen können, ne? Cool. Klasse. Also, Mädchen, mal ganz ehrlich. Ist doch toll, oder? Cool. Squeezie, Hopi, schenk das deinem Schätzchen. Beim Schätzele. Ja, die finden das auch klasse, garantiert. Oder dem Joe. Dem Joe. Die kann ich ihm in seine Nase klemmen. Da hat er noch Haare drin. In Joes Nasenhaare. Da halten die. Klasse. Elmo, wenn ich noch Haare hätte, wären die Spangen. Klasse. Aber die einzige Stelle, an der ich noch Haare habe, da passen die nicht hin. Elmo. Oh. Und Tim, Joe schreibt es auch. Joe, genau, der hat keine Haare. So, Leute, das ist eine haarige Geschichte. Wir sind hier bei der Nummer 12. Und ich gehe gleich weiter zu Nummer 13. Hm, 13 habe ich das nicht gerade eben. Hier ist 13. Hier. So, okay. Oh, hier läuft die Nummer 24 übrigens direkt über die Nase. Hier. Von unserer Hübschen. Oh, und Jasminchen. So ist unser Jasminchen. Guckt sie euch an. Hat sogar ein bisschen Salz im Haar. Kann das sein? Jasminchen. Klasse. Also hier die Nummer 13. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Ding? Moment. Wie heißt denn sowas? Ach, guck mal. Sonja, da sind sie drauf. Das ist ein Motivarmband. Aus... Oh, das ist elastisch. Aber, oh, okay. Also ich komme nicht durch. Ich kriege drei Finger durch. Ach, das sieht ja klasse aus. Schaut es euch mal an. Olaf und die kleinen Was-Nois. Oder wie? Wie heißt sie nochmal? Ist ja goldig. Guckt euch das an. Ist ja... Ach, das ist doch putzig, oder? Klasse. Das könnte sich Joe sogar über die Glatze ziehen. Als Stirnband. Ach, das ist ein Schweißband. Also das Ding ist total aus Gummi. Also hat irgendwie jetzt kein Stoff hier innen drin. Hier finde ich nur Craze und wahrscheinlich Copyright Disney. Ganz genau. Aber echt schöner Druck. Klasse. Die kleinen Viecher. Gott, an die denke ich gar nicht. Waren die im Film drin? Ist das irgendwie an mir vorbeigegangen? Weiß ich gar nicht mehr. Echt. Aber goldig. Echt goldig. Was ist denn das für ein... Für eine Länge? Also wir sind hier bei 8,5... Oh, 9. Sagen wir mal 9 cm in etwa. Also da kriegt ein Kind den Arm locker durch. Überhaupt kein Thema. Ein Mädchen sowieso. Ist echt hübsch. Fällt mir richtig gut. Klasse. Gott sei Dank. Das sind skolische Sachen, oder? Unglaublich. Jasmin. Nein. Findet das total cute. Danke, Rubilein. Oh, immer gern. Sonja. Die kleinen Sugis. Sugis kommen erst in den zweiten Teil vor. Aber der nur 8 Minuten hat und ein Vorfilm war. Ach so. Alles klar. Dieser zweite Teil lief dieses Jahr vor Cinderella im Kino. Übrigens Cinderella fand ich klasse. Könnt ihr mich auslachen? Ich fände den Film klasse. Habe ich tierisch gerne angeguckt. Echt. Der war toll. Dann hier die Nummer 13. Dann sind wir jetzt schon bei Nummer 14. Geht das so schnell? Hier habe ich die 19. Sieht fast aus wie 14. Hier 14. Hier habe ich 14. Auch wieder ein rundes Fensterchen. Gleich reingucken. Was haben wir hier drin? Oh. 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 In Herzform. Das ist ja auch goldig, oder? Ne. Hier so ein Anhängerchen. Herzchen wie bei Dragons. Da war es ohne Zahn. Moment. Ich kann nicht mal geschmied holen. Die passen auch farblich toll zusammen, oder? Das wär's doch. Irgendwann taucht in Teil 3 ohne Zahn bei der Eisprinzessin auf, oder? Es wird doch echt passen. Klasse. Ohne Zahn. Hat die Form von ohne Zahn. Und hier ein Herzchen. Auch schön gemacht. Die Farben sind da. Hier ist die schwarze Pupille ein bisschen groß geraten. Aber die vielen Farben. Auch das ist erhaben. Ist nicht flach. Kann man das ein bisschen sehen. Ist ganz leicht erhaben. Aber es ist echt schön gemacht. Also finde ich klasse. Schlüsselanhängerchen. Wär nur vorsichtig. Ich glaub, das ist fast so schade als Schlüsselanhänger. Denn ich denke mal, wenn ihr ein paar Mal hängen bleibt, reißt das durch. Ist halt Gummi, ne? Aber es ist echt schön. Und da seht ihr euch total dieksam. Echt schön. Also wird sowas vielleicht an Schlampermäppchen hängen, oder so irgendwie. Ne? Dass nichts passiert. Weil es wäre echt schade, wenn ihr das verliert. Schaut euch, wie viele Farben da drin sind. Ist echt aufwendig. Ohne Scheiß. Klasse. Also tolle Sachen bis jetzt drin. Muss ich schon sagen. So, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, was ihr geschrieben habt. Fabole genauso dünn wie der von Dragons. Ja, ist ein bisschen dünn. Ist tatsächlich ein bisschen dünn. Hätte ich mir auch ein bisschen dicker gewünscht. Aber von... Okay, darum sag ich ja. Wenn, dann würde ich es irgendwie ans Mäppchen hängen, oder an die Schultasche. Aber nicht unbedingt an den Schlüsselbund. Dann wird es auch nicht schmutzig. Oder so schnell schmutzig irgendwie. Weil Schlüsselbund habt ihr immer in der Hose. Und überall von dem her. Da werden die mir echt zu schade. Aber echt schön. Sonja, Squeezy, da gebe ich dir voll recht. Ich bin auch enttäuscht. Liebe Olaf und vor allem Sven und mag kein Schmuckzeug. Da ist Dragons viel besser. Aha. Ich finde es auch nicht so toll, dass da so viel Schmuckzeug drin ist. Denn Film mögen sicher auch Jungs. Und da ist die Hälfte unbrauchbar. Für Jungs, ja, wie auch immer. Wie auch immer. Das ist ja ähnlich wie bei den Dragons Magazinen. Da sind zum Beispiel nur Sachen drin für Jungs, was ich auch blöd finde. Weil ich immer wieder sage, ich glaube, dass mehr Mädchen Dragons Fans sind. Mittlerweile. Garantiert. Meine Meinung. Ich sehe es halt an den Reaktionen, die ich immer gekriegt habe und heute noch kriege. So. Dinja, ohne Zahn, mit einem Ohrring. Ja, genau. Cool, oder? Klasse. Meidande Miri. Oh mein Gott. D von Dragons sieht ja richtig cool aus. Hab leider den Dragons Stream verpasst. Keine Sorge. Ich werde den Dragons Kalender nochmal auspacken. Robi-Fan. Was? Sonja. Aber alles aus dem Dragons Kalender gefällt doch auch Mädchen. Auch ganz großen. So sehe ich das nämlich auch. So sehe ich das nämlich auch. Im Grunde genommen ist und bleibt man im Herzen doch ein Kind, oder? Und das ist toll. Ich finde das klasse. Ja, nicht zu erwachsen werden, Leute. Ja, nicht zu erwachsen werden. Das ist nicht gut. Immer das Kind im Herzen bewahren. Sag ich immer. Ich habe auch noch ein riesengroßes Kind. Mit einem riesengroßengroßen Herzchen. Hoffe ich zumindest. Genauso wie der Elmo. 15. Hier haben wir 15. Muss immer aufpassen, dass die nicht durcheinander kommen. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir das letzte Band. Boah, und was? Ach, Leute. Eben sag ich es noch. Eben sag ich es noch. Guckt euch den hier an. Ist der nicht Burner? Ist der nicht mega hammer goldig? Dieser Olaf hier. Oder, hier geht es sogar raus aus dem Band hier. Mega klasse. Ist das nicht ein rares sogar? Ultra rar. Hier. Ultra rar. Und hier habt ihr den Olaf. Der ist nur klasse. Den meine ich hätte ich das letzte Mal auch schon ausgepackt. Der ist Burner. Der ist ober, mega, ohne Scheiß. So ein goldiges Armband. Echt? Oder? Da brauchst du ja... Der Blick? Da brauchst du ja nichts mehr sagen, oder? Burner. Squeezy. Hammer. Favole. Süß, Madame de Miri. Das ist das beste Band von heute. Echt? Ja, klasse. Söner K. Dieses Band ist wirklich zuckersüß. Olaf. Dinscher. Den hast du schon. Dinscher weiß... Boah, Dinscher weiß besser über mich Bescheid als ich. Hammer, oder? Ja, danke Dinscher für den Hinweis. Klasse. Also, mega. Tag Nummer 15. Gleich reingucken bei Nummer 16. Wir schauen uns die Sachen zum Schluss alle nochmal an. In aller Ruhe. Und die Figuren drehe ich auf... Drehe ich... Stelle ich auf meine Drehscheibe. Können die nochmal in aller Ruhe anschauen. Was haben wir hier drin? Ach Gott, steht auch wieder ein Haargummi. Das ist ja klasse. Moment, ich will mal schön gucken. Das ist ein Haargummi. Und diesmal, das letzte Haargummi war ja so ganz schlank. So ein schlankes Gummi. Und hier habt ihr ein dickes. Und das ist das Motiv. Nämlich Olafskenn. Olafskenn. Auch so eine blumige Form. Und halt ein dickeres Haargummi. Also auch für die feineren Haare. Doch cool, oder? Also echt goldig. Ja, also der ist definitiv hier für ein Mädchen gedacht. Das ist ja ganz klar. Hammer. Aber goldig. Echt goldig gemacht. Kann ich gar nichts sagen. Damit ihr mal seht, ungefähr wie groß das ist. Die haben wir eine Größe. Und Durchmesser von 2,3 cm in etwa. Also klein. Nicht zu groß. Nicht zu klein. Ideal für eure Herrchen. Sonja, dieses Band ist wirklich super süß. Vielleicht kann man sich bei der kleinen Schwester beliebt machen. So sieht es doch aus. Oder wenn ihr halt irgendwie was aus dem Kalender nicht brauchen könnt. Mein Gott. Und es euch trotzdem gefällt. Verschenkt es doch einfach. Da könnt ihr echt jedem eine Freude machen. Eurer Freundin. Eurer kleinen Schwester. Von mir aus auch. Eurer Mama. Wer weiß. Ich sage ja, das gefällt auch den großen Mädels. Oder? So sieht es doch aus. Leute, wo war ich denn? War ich bei Tag... Ach, bei 15 war ich. So, jetzt geht es weiter mit 16. Wo hat... Nee, 16 war ich auch. Ach Gott, dann geht es weiter mit 17. 16, 17. Boah, das ist ein ganz großes Fensterchen. Liebe Zeit. Und da zeigt auch noch die Hand drauf. Was haben wir denn hier drin? Das ist ja riesig. Was ist denn hier drin? Ach, die nächste Figur. Boah. Schaut es euch an. Die Eiskönigin ist hier drin. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht. Das wäre die Nummer 24. Aber 24 ist daneben. So. Boah. Was ein schönes, langes Gewand. Und die ist sogar transparent. Ja, ist klasse. Ja, schaut es euch mal an. So sieht es aus. Sie guckt ein bisschen streng. Ja. Vielleicht friert sie auch ein bisschen. Aber schön hier. Der Ausschnitt. Das Kleidchen. Auf den Schultern hier. Ein paar Embleme. An den Ellenbogen. Auch hier in dem Kleidchen. Lauter Schneeflöckchen drin. Ich glaube, man kann es jetzt nicht wirklich gut sehen. Aber glaubst du mir, schön. Ist aus Plastik. Nicht aus Gummi. Auch hier. Das ist ein Topper. Mach es mal rein. So sieht es aus. Auf dem Kleidchen. Aber sie steht natürlich auch alleine, weil sie so ein schönes, wallendes Kleid hat. Und wie schon gesagt, das ist leicht transparent. Das finde ich klasse, dass man das so gemacht hat. Und hier auch die Haare. Schön hier geflochten. Hinten. Und der Zopf hier entlang. Übrigens die gleiche Seite, wo auch Asch tritt. Ihren Zopf trägt. Nämlich auf ihrer linken Seite. Cool. Schöne Figur. Echt schöne schlanke Gestalt. Wie unsere Jasmin. Oder? Schön. Klasse. Und da hängt sogar noch so eine kleine Locke ins Gesicht. Ist doch toll, oder? Super. Okay. Also wirklich schöne Figur. Hier die andere daneben. Anna und Elsa. Die beiden. Stimmen auch von der Größe her. So. Wir sind nebeneinander halt. Klasse. Und hier nochmal Olafchen daneben. So sieht es aus. Klasse. Also hätte ich jetzt echt gedacht, dass das bei Nummer 24 drin ist. Und da bin ich mal gespannt, was dann hier am 24 rauskommt. Ist ja Hammer. Okay. Also das war Tag Nummer 17. Danke für eure vielen Kommentare übrigens. Finde ich klasse, dass ihr mitmacht. Finde ich ganz, ganz große Klasse. Bei allem, dass so viele Leute zuschauen. Ist ja der Hammer. So. Dann. Wo haben wir hier die Nummer 18? Hier kommt wieder ein kleines Fensterchen. Die Nummer 18. Meine Nase geht schon wieder zu. Oh. Hier haben wir noch. Ach Gott. Nee. Ich habe schon gedacht, das wäre ein Charm. Das ist der nächste Freundschafts-String. Hier ein Schmetterlingchen. Schaut es euch an. Flügelchen. Boah. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier Farben. Eins, zwei, drei, vier Farben. Ja. Genau. Vier Farben. Und der ist sogar noch ein bisschen weicher als der andere. Wo habe ich den? Wo habe ich den? Wo habe ich den? Hier habe ich den. Also das sind die beiden Freundschafts-Ringe. Eine Schneeflocke und Schmetterlingchen. Sieht aus wie so ein Schneeschmetterling. Ne. Sieht fast ein bisschen aus wie die Schneeflocken hier. In einer anderen Farbe. Ne. Und den kriege selbst ich hier über den Finger. Oh. Das ist echt. Das ist fast. Oh. Guck mal. Der ist fast noch geschmeidiger. Wie der andere. Oh. Ich gehe rein hier bei. Wie heißen die Verkaufssender? Ne. Wo Männer Schmuck vorstellen. Und ganz furchtbare Hände haben. Da könnte ich auch mitmachen. Oh. Schaut es her. Wie schön. Aus unserer neuen Kollektion. Nur noch 99 Stück übrig. Wir haben den ultrahammermäßigen Sonderpreis. Von 999.000 Euro. Der Preis fällt auf nur noch 997.000 Euro. Jetzt zugreifen. Nur noch ganz wenige Auflager. Und was weiß ich. Ne. Ihr wisst was ich meine. Also klasse Freundschaftsringchen. Finde ich toll. So. Wollen wir weiter. Das war die Nummer 18. Wo ist die Nummer 19? Die ist hier unten. Genau in dem K. Gut versteckt. Schaut euch das mal an. Es fällt euch kaum auf. Die Nummer 19. So. Gucken was wir hier drin haben. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel. Also hier ist entweder. Ein Aufkleber oder ein Charm drin. Oh. Ich muss. Das ist definitiv was für kleine Finger. Ja. Ja. Stickers. Wir haben hier Stickers drin. Und ihr seht immer noch. Ne. Dass der Kalender. Trotz der offenen Fensterchen. Aussieht. Naja. Nicht wie zu. Ne. Hier. Aber trotzdem. Ihr seht das Motiv immer schön vor euch. Also kein Verunsteller da. Kalender. Hier haben wir ganz viele Motive drauf. Ach Gott. Guckt es euch an. Hier die beiden wieder. Dann hier die ganze Mannschaft nochmal. Was ist denn das hier? Was ist denn das da oben? Ist das ne. Ich bin eine Biene. Oder was ist denn das? Sonja. Das da oben. Schwarz. Gelb. Schwarz. Mit. 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 Was ist denn das? Dann Geschenkchen. Der Schmetterling. Olaf. Der Schmetterling. Oder. Mit. Mit. drin haben, unter dem großen Stern. Oh, 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 guckt's euch an, guckt's euch an. Einen Ratzefummel. Radierer. Ah, mit der Eiskönigin drauf. Hier schönes Emblem, die Blumen beziehungsweise diese starren Palmenblätterchen hier. Auch schön. Also mit sowas würde ich nie radieren. Das ist echt zu schade. Ich sag ja immer, das sind eigentlich die Radierer, die ich euch zum Zeichnen niemals empfehlen würde, weil die Fusseln ohne Ende. Aber wer radiert damit auch? Das ist schön. Habt ihr eigentlich noch, gibt's heute noch Setzkästen? Sind noch Setzkästen in? Also ich kann euch sagen, wenn ihr die ganzen Sachen hier in den Setzkasten reinmacht, dann habt ihr dann habt ihr einen richtig, richtig schönen Setzkasten voll mit tollen Motiven. Ohne Scheiß jetzt. Setzkästen waren in den 70ern total in. Keine Ahnung, ob es das heute noch gibt. Gibt's das noch? Hier irgendwie? Was? Hammer. Sonja, ja, Setzkästen sind cool, besonders um eigene Adventskalender zu basteln. So, genau. Klasse Idee. Da wäre jetzt ich zum Beispiel nicht draufgekommen, aus dem Setzkasten hier Adventskalender zu machen. Tolle Idee, Sonja. Klasse, danke für den Tipp. Cool. Also echt schöner Radierer, hat auch eine schöne Größe, Ersetzer. Echt nett, aber ich für 4 cm, aber wäre mir echt zu schade, um den kaputt zu radieren. Also Setzkasten absolut ideal. So, dann wo haben wir die Nummer, wo waren wir bei 21? Boah, ich vergesse es immer so schnell. Hier, hier drüben. Hier drüben, in ein kleines Fensterchen, die Nummer 21. Was haben wir da drin? Es macht so dermaßen Spaß, den auszupacken. Ah, hier haben wir wieder einen Charm. Klasse. Hat er auch wieder ein tolles Motiv. Hier, die beiden wieder. Schaut es euch an. Ich finde es so goldig extra wegen dem Zöpfchen. Hier geht es unten noch ein bisschen raus. Ups, ich halte es so. Sorry. Und hier die Haare oben gehen auch raus. Also auch die sind echt erhaben. Richtig schön. Und die vielen Farben. Das haut mich immer weg. Werde ich gern mal Mäuschen bei der Produktion. Echt toll. Was es nicht alles gibt, oder? Also das ist unser drittes Charm für dieses Charmband. Und das mache ich jetzt mal daneben ein bisschen weiter weg. So, damit es auch ein bisschen Platz hat. Und ihr könnt ja die Charms dann auch entsprechend auswechseln, so wie ich schon gesagt habe. Ja, so sieht es aus. Eigentlich ist das das große müsste in die Mitte. Nur, dass ihr die jetzt mal einfach nebeneinander kurz seht. die sind schon, also die sind wirklich, wirklich hammermäßig goldig gemacht. Die gefallen mir tierisch gut. Echt. Richtig, richtig schön. Klasse. Echt. Also, liebe Grace, wenn ihr das hier seht, wenn ihr es hört, schickt mir gerne ein paar Charmbands, Beugelchen zu. Ich packe die aus. Die sind so schön. Da mache ich ein extra Video. Also, wenn ihr wollt, schickt mir das gerne. Liebe, viele, viele, viele liebe Grüße an die Frau S Punkt. Ja, ähm, so netter E-Mail Kontakt, wie wir haben, da habe ich selten erlebt. Und hier dann auch noch Bärchen mit dazu packen und so Sachen. Also, falls ihr wollt, liebe, liebes Grace Team, ich packe die gerne aus. Kein Thema. Schickt mir die zu, werde ich auspacken. Hammer. Selten, dass ich sowas sage, finde ich Burner. So, äh, Sonja schreibt wieder, äh, ganz nicht von Rentier, Sven oder Christoph, das ist schon sehr schade, sind halt nur die Mädels, für die Mädels drin. Ach so, die Mädchen. Ne, ja, du meinst jetzt von den, von den Figuren oder was? Ich, keine Ahnung, ob es auch noch andere Figuren gibt. Keine Ahnung. Also, es gibt auch ein, ein, äh, ein Bulliland Kalender in der Art, wo Figuren drin sind. Müsst du mal gucken, was da alles drin ist, ne? Gar nichts sollte das heißen. Gar nichts von Rentier, Sven oder Christoph. Ja, ja, ist klar. Ja, aber ich meine, klar, die, die meisten werden wahrscheinlich halt auch echt auf die, auf die beiden und Olaf abfahren, denke ich mal, drum, ne? Ach so, okay, dann kommen wir auch schon hier zur Nummer 22. Habe ich nichts vergessen? Ne, ne? Dann habe ich nur noch 23 und 24. Hier habe ich alles. Müsst du mal nachgucken. Ihr wisst ja, ne? Alt, I'm old. Upi is very old. And he can auch ab und zu mal what forgotten, vergessen. Aber ich habe alles, ne? Okay. Also, ich habe hier jetzt, ne, 22. 22, 23, 24. Also, schauen wir mal 22 rein. Schauen wir mal ganz, ganz klein. Was haben wir? Ach Gott, hier ist noch mal, noch mal Haarkummi drin. Oh, da muss ich, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Ist ja goldig. Selbst in das kleinste Äckchen noch ein Haarkummi reingepackt. Oh. Guckt mal hier, gleich ein dickes Herzchen von Rupi an euch alle. Schaut's euch an. So hatte ich früher mal Haare. Ich war mal total blond. Gott, war ich blond. Je älter ich wurde, umso dunkler wurden die Haare. Zum Schluss war ich echt hier, hier, äh, blond, also total dunkel und dann wurden sie irgendwann grau. Tja, so sieht's halt aus, ne? So ist es halt eben. Und hier, ne, auch eine andere Farbe. Hier, das andere Haarkummi noch mal daneben. Olafskenn. Und hier, unsere Eiskönigin. Echt schön. Klasse, ne? Schön gemacht. Tolle Idee. Subi, dubi. Okay. Dann kommen wir jetzt mit Nummer 23. Boah, Leute. Der Tag vom 24. Was haben wir hier noch drin? Hier haben wir noch mal ein Slipsnap drin. Ein Slipsnap. Und eine Farbe, die hatte ich glaube, noch gar nicht. Ne, hatte ich auch. Gott, ist der goldig. Tatsächlich Bienen. Guckt's euch an. Ist ja klasse. Olaf tanzt hier in der Sonne rum. Hier Sonnenstrahl im Hintergrund. Lauter Blümchen und die Bienen, die hier rumschwirren. Schaut's euch an. Goldig. Klasse. Also auch ein goldiges Band. Echt super. Und sauber verarbeitet, wie immer. Nichts ausgefranst, gar nichts. Ihr wisst ja, beim Brainskalender war ein bisschen hier ausgefranst, aber einfach nur drüber gehen mit dem Finger und es ist wieder sauber. Also klasse. Auch das ist ein echt schönes Charmband. Äh, ne? Grace. Ich pack auch alle Charm, äh, nicht Charmbands. Slap Snap Bands aus von der Serie. Definitiv. Boah, guckt euch die Dinger an. Das Würde kann ich gar nicht in die Hand nehmen. Sind die nicht schön? Also echt, die sind schön. Ich bin ja ein absoluter Farben. Ich bin ja ein totaler Farben-Fan. Auch wenn sie noch so grell sind und ich, ich, ich liebe das. Ich finde das großartig. Und hier noch hier, ne? Olaf Skin in groß daneben auch noch. Also die sind echt schön. Echt tolle Armbänder. Kannst gar nichts anderes sagen, ne? Schaut euch die Dinger an, oder? Burner. Echt Burner. So. Ja, Leute. Und wir kommen schon zum letzten Tag. Und ihr seid ganz ruhig geworden. Ganz still geworden. So guckt ihr zu. 481 Daumen nach oben, Leute. Vielen, vielen herzlichen Dank. Boah, und 4 Stunden 18 läuft schon dieser Stream. Alter Verwalter. Ist ja der Hammer. Okay. Tja, dann kommen wir jetzt zu Nummer 24. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Echt keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich öffne das Türchen Nummer 24. Was haben wir da? Oh. Oh, ja. Oh, ja. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Wir haben hier. Ich mache es noch schön spannend. Wir haben hier nochmal einen Schlüsselanhänger. Und zwar Olaf's Kind. Für die Nummer 24. Schaut euch an. Toller Schlüsselanhänger. Cool. Und er hat die Arme geöffnet. Oh, ich habe euch alles so lieb. Hier. Wollte ich Weihnachten. Und überhaupt. Was weiß ich. Toll, oder? Das sind schön. Klasse. Also da ist er zweimal als Figur drin. Einmal als Schlüsselanhänger und einmal als Pencil-Topper. So sieht es aus, die beiden. Und also echt klasse. Die Arme sind ganz weich. Ihr seht es ja. Könnt ihr schön bewegen. Schön biegen. Brechen nicht ab. Braucht ihr wirklich keine Angst haben. Klasse gemacht. Auch schön bemalt. Ganz einfach bemalt. Aber echt schön gemalt. Ihr könnt ja auch schielen. So gesehen. Und ist echt nett. Ist okay. Absolut okay. Schlüsselanhängerchen. Und da steht vielleicht sogar auch. Mal gucken. Ich versuche mal nachher hier auf meine Drehscheibe zu stellen. Ja Leute. Und damit sind wir durch. Das war der Eisköniginnen Adventskalender von Kreis. Also haben sie toll gemacht, wenn ihr mich fragt. Also wirklich. Da ist schon einiges geboten drin. Die Figuren sind wirklich sehr sehr schön. Genau wie die Figuren von Dragons. Bin mal gespannt, was wir da aus dem Star Wars Kalender rausholen. Das sind die vier Figuren. Die stelle ich noch auf unser Drehtellerchen. Und noch die ganzen anderen Sachen, die wir hier rausgeholt haben. Hier. Dieses Armband. Dann hier drei solche Sticker. Teile hier. Also habt ihr wirklich einen Haufen Sticker. Was haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, 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 siebzehn Stickers in dem Kalender drin. Dann haben wir hier Schlüsselanhängerchen. Wir haben hier diese Haargummis, auch dieses große natürlich noch, also verschiedene. Dann haben wir hier Button drin gehabt. Wir haben hier diese Charms und das Charm Band drin. Wie schon gesagt, Grace, also wenn ich darf, wenn ihr wollt, schickt mir die Dinger. Ich packe die aus. Ich bin totaler Fan von diesen Dingern hier. Echt super schön. Ich würde es mir nicht anziehen, aber einfach schön zum Angucken. Echt richtig, richtig toll. Total begeistert. Ihr habt ein Radiergummi. Wir haben hier Freundschaftsringe mit drin. Total weich, tut sich keiner weh. Und wir haben natürlich diese Haarklammern drin. Für was auch immer ihr das alles verwenden möchtet, auch schön. Und die sensationellen Armbänder. Die sind mega, echt. Und wie schon gesagt, zwei davon sind exklusiv nur in diesem Kalender. Nämlich die beiden hier. Die kriegt ihr nur in diesem Adventskalender von Grace. Die kriegt ihr nicht bei den normalen Slap Snap Bands. Die sind nur hier in diesem Kalender drin. Genauso wie diese exklusiven Pencil Toppers hier. Diese drei Stück, die kriegt ihr nur in diesem Kalender drin. Toll, oder? Also, mein lieber Scholli, das hat sich schon echt gelohnt. Schöner Kalender. Wie schon gesagt, 19,99. Allgemeiner Preis. Bei, ähm... Oh, mir fällt der Name nie ein. Mir fällt der Name nie ein. Hier, Moment. Bei... Ich glaube, der hat ihn bestimmt auch in dem Preis. Bei, äh... My Toys, müsst ihr mal gucken, kostet er, glaube ich, 17,99. Zumindest der Dragons Kalender. Und ist schon schön. Jeden Tag was Tolles rausholen. Ähm... Also, es ist schon klasse. Also, Glückwunsch, Grace. Habt ihr klasse gemacht. Euer Herzblut hat sich meiner Meinung nach echt gelohnt. Mir hätte es noch besser gefallen, wenn die hier komplett aus Gummi gewesen wären. Ich bin nicht so der Plastik-Fan, aber das ist nur meine Meinung. Hätte mir fast noch besser gefallen, weil sich das einfach schöner anfasst, Gummi, als Plastik. Aber, schön gemacht. Schöne Figuren. Dazu noch exklusiv. Kann ich gar nicht sagen. Olafchen, ähm... Absolut nett gemacht, ne? Auch der Schlüsselanhänger hier. Cool, die riesen Zähne und die Nase. Beziehungsweise der riesen Zahn ist ja nur einer. Und, äh, echt nett. Absolut nett gemacht. Und das stelle ich euch jetzt, wie schon gesagt, noch hier auf mein Drehtälerchen. Hol ich mal her. Ähm... Da muss ich allerdings wieder den Eimer holen. Oh, wie ich das alles drauf stelle. So, was habt ihr denn noch geschrieben? Ähm... So, tolle Anhänger, aber die Arme würden in der... Ne, die brechen nicht. Die brechen definitiv nicht. Guck mal, die kannst du nach hinten biegen, ohne Ende. Und auch wenn du da mal hängen bleibst, passiert gar nichts. Die sind mega weich. Also da muss schon extrem sich was verhaken, bis die abbrechen. Siehst du das? Ich drehe den wie blöd. Passiert gar nichts. Klöing, abwasch so. Ne, ohne Scheiß. Mega fest. Genauso wie die da oben, ne? Diese Äschchen hier oben auf dem Kopf. Mega biegsam. Ich biege die komplett rum. Guck dir das mal an. Passiert nichts. Also totales Weichplastik. Und, äh... Toll. Ne? Siehst du? Ganz nach hinten. Passiert nichts. Brechen dir nicht ab. Zumindest nicht so schnell. Und die Nase hier, keine Ahnung, ja doch, die wurde angeklebt. Also, ich würde sowieso die ganzen Anhänger jetzt nicht unbedingt an Schlüssel dran machen. So wie ich es eben sage, weil da kratzt ja auch die Farbe ab mit der Zeit. Und Schlüssel, ähm, lassen immer unschöne Schlieren. Und das sind ja eigentlich, das gehört ja für mich auch in den Sammelbereich. Ihr könnt übrigens auch das Ding hier, die Schraube oben rausdrehen und könnt den nur als Aufsteller benutzen. Könnt ihr auch machen, ne? Denn hier ist einfach nur so eine Schraube reingedreht. Könnt ihr rausdrehen. Dann könnt ihr es auch als Aufstellfigur nehmen. Ne? Von dem her. Ja, übrigens, der Bulli-Land-Olaf ist einiges kleiner als die Figur hier. Die ist definitiv größer. Das kann ich so schon sagen. Ne? Also, ihr habt ihn schon ein paar Mal gesehen. Der ist kleiner. Definitiv. Ne? Also, könnt ihr gerne machen. Robi-Fan, der ist voll cool, ne? Findet ihr auch klasse. Sonja, Olaf will doch immer warme Hacks. Deshalb die Arme so offen. Genau, tolles Weihnachtsgeschenk. So, das finde ich auch. Klasse. Dinscher schreibt cool. Dinscher schreibt sogar, lacht sogar und sagt cool. Fabule. Freue mich schon auf Star Wars. Den packen wir morgen Abend auf. Definitiv. Auch um 19 Uhr fange ich an, den auszupacken. Meintanemiri, mein 500. Boah, 504 Daumen nach oben. Leute, dankeschön, dankeschön. Ihr seid ja der Hammer. 1.000 Daumen zurück. Vielen, vielen Dank. Hey, ich freue mich. 10.000 Zuschauer. Der absolute Börder. Ich glaube es ja gar nicht. Hammer. Ja, und Elmo schreibt auch noch, dass die Bulli-Land-Figur teurer ist. Da hat er absolut recht. Also was ihr da jetzt alles in dem Kalender drin habt, das ist schon toll. Ist schon toll. Vor allem muss ich auch mal überlegen, aus wie vielen Richtungen die Inhalte hier kommen. Und das Ding wird dann für 20 Euro vertickern, finde ich toll. Und wie schon gesagt, auch wenn extrem einfach, aber ihr habt ja auch noch ein Spielchen hinten drauf. Das heißt, ihr könnt den Kalender auch immer abhängen und könnt nochmal einfach eine Runde zocken mit euren Geschwistern oder mit euren Freunden, Freundinnen. Schon goldig. Auch die Abbildungen hier sind echt schön. Hier. Auch überhaupt der Druck ist echt toll gemacht. Von dem Kalender. Also ich kann Grace hier echt nur loben. Also ich würde nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich kritisiere ja auch ab und zu. Und hier gibt es nichts großartiges zu kritisieren. Echt gar nichts. Das ist, also ich finde es toll. Allein schon die Slapsnet-Bands. Hammer. Ich hole jetzt mal geschwind mein Eimerchen und den Drehteller und dann lasse ich die Sachen hier nebenher noch ein bisschen laufen. Und dann könnt ihr mir noch ein paar Sachen schreiben. Was ihr davon haltet, würdet ihr es euch kaufen? Lasst ihr es euch schenken? So, hier habe ich meinen berühmt-berüchtigen Popcorn-Eimer. Und hier habe ich meine sensationelle, oft kopierte, niemals erreichte Drehscheibe, wo ich erst noch Batterie einsetzen muss. So kann ich nicht arbeiten, wirklich jetzt, wirklich. So, Tänchen, so, Tänchen, bisschen höher, so, Tänchen, 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 Tänchen. Hammer, ne, letztes Jahr hat es ja irgendwie angefangen mit den ganzen Kalendern und vielen Figuren drin. Von Philly, von Star, von, ne, ich sage mal Quatsch, von Lego, von Playmobil und, boah, was es nicht alles gibt, ne. Und als dann Grace dann angekündigt hat, dass sie auch einen Dreamworks-Dragons-Kalender machen, wusste ich, okay, da kann ich schief gehen. Weil jeder, der den ersten Kalender miterlebt hat, ne, mit diesem, mit diesem wirklich mehr als unglücklichen Schokolade drin und dann auch noch von Toco, boah, das war schon, boah, das war schon echt jämmerlich. Das war schon echt jämmerlich. Und, ja, und da ist natürlich der diesjährige Kalender eine Steigerung um, 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 um zigtausend Prozent. Drum bin ich auch echt begeistert von den ganzen Sachen, ne. So, dann stelle ich jetzt hier mal unsere Eiskönigin drauf. Schaut sie euch an. So an, so. Ist das nicht schön? Das ist auch eine tolle Haltung, ne. Übrigens, es gibt auch, ähm, Disney, ähm, wie soll ich sagen, Exklusivfiguren sind es nicht, aber die Serie nennt sich Rote Couture. Äh, und das sind richtig, richtig schön gemachte Figuren. Bin ich auch schon überlegen, ob ich die mir mal zulegen soll. Und zwar bin ich auch, äh, über Tinkerbell drauf gekommen. Gibt's eine schöne Figur. Und dann hab ich hier auch von der Eiskönigin eine Figur gesehen. Boah, die ist so toll gemacht. Echt. Wenn ich die Figuren jemals krieg, die zeige ich euch. Die sind auch echt wunderschön gemacht. Aber, ihr seht's ja, selbst das, was ihr hier exklusiv ist, denkt immer dran, ist exklusiv, kriegt ihr nur in diesem Kalender hier drin. Muss man sich immer klar vor Augen halten. Und dann nicht überteuert, ne, nicht überteuert. Das finde ich doch mal, das finde ich doch echt mal, äh, eine Aussage. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier unsere, äh, die, die Dame hier draufkriege, ohne dass die umkriegt. Hm, wo hab ich denn, wo hab ich denn, mein Knet, hab ich Knet da? Ah, nee, also hier, ne, Eiskönigin und jetzt, äh, käme sie hier, aber sie steht nicht von alleine. Nee, 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 die hat zu. Schaut euch die Füßchen an, ganz zarte Füßchen. Ich mach's jetzt einfach mal so. Komm, das geht. So, sie steht mit dem Olaf. Also ganz zarte, ganz schöne Stiefelchen. Schaut euch die Figur an, die Gestalt ist echt, echt schön modelliert, klasse gemacht. Und, äh, da wird auch die Hände, ihr seht hier auch die Fingerchen und alles, richtig schön gemacht. Und auch die hat noch so, an ihrem Umhahn sind noch so eine kleine Borde dran. Echt schön. So, jetzt muss ich ganz schnell, ähm, was, wie viel kostet so eine Drehscheibe? Die Drehscheibe hier, die ist total billig, die kriegt ihr, müsst ihr einfach mal gucken, die kriegt ihr überall. Einfach mal Drehscheibe eingeben und die kostet, glaub, 4 Euro oder sowas. Das ist die ganz, ganz billige. Die kriegt ihr, die ist aber nicht schwarz, die ist normalerweise Holz. Ich hab hier einfach nur mit dem Filzstift, das schwarz gemalt. Weil mir einfach schwarz besser gefällt, ne? Dinscha, die Jugend von heute. Ne? Ne, ne, die Jugend von heute ist klasse. Seht ihr doch an euch? Ich seh doch, wer mir hier schreibt. Und, äh, wie ihr denkt und wie ihr tickt. Ich find das klasse. Es gibt solche und solche. Es gibt immer mal komplett durchgeknallte Leute und da gibt's halt aber auch eben so Menschen wie euch. Ne? Und das find ich großartig. Find ich ganz, ganz großartig. Hier, euch mal allen Daumen hoch. Muss man auch mal sagen. Man darf nämlich immer sagen, äh, die Jugend von heute ist doch gar nicht so. Und, mal ganz ehrlich, Chaoten hat's zu meiner Jugend schon gegeben, oder? Also, was soll das? Alles halb so wild. Dinscha, ich bin 13, oh, 13,5 und kann nichts dafür. So, ne? Ich bin ein bisschen älter und kann auch nichts dafür. Dinscha, äh, hier, geb ich dir 5. Dinscha, sag das meinem Hirn, vielleicht hört sie auf dich. Ach, mein Gott, ja, wenn man jung ist, da tickt man halt auch noch ein bisschen anders. Da ist man voll mit Energie und die muss ja auch irgendwo raus. Darum sag ich euch, holt den Kalenderpacken aus. Dann habt ihr, äh, dann könnt ihr eure Energie auch richtig einsetzen. Jasmin auch tut das, Rubileinchen, cute. Ähm, Kirsten Makut, ist der süß, gellisch, goldig? Absolut goldig. Seid die ganzen anderen Figuren, die stelle ich jetzt einfach nochmal dazu. Äh, hoffentlich gibt's nicht um. So, hier die Eiskönigin nochmal. Und Olafchen auch nochmal dazu. Und dann zeige ich euch noch die anderen Sachen. Ich lasse das einfach ein bisschen drehen, weil, wie schon gesagt, die sind Exklusivfiguren. Schreiben sie hier auch drei exklusive Pencil-Toppers. Ne, ihr könnt sie als Aufstellfiguren nehmen oder halt hier auf eurem Bleistift stieben, wie ihr das wollt. Und die gibt's definitiv nur in diesem Kalender. Kann ich nur immer wieder sagen. Ne, auch, ähm, die anderen Sachen sind ja auch exklusiv. Ne, die, die, die Mini-Slapsman-Bands und das ganze Zeug hier. Hammer. Also echt schön, haben sie richtig, richtig schön gemacht. Ich sag ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden die, äh, zusammen saßen und sich überlegt haben, was können wir denn in diesen Kalender reinpacken und zu was für einem Preis können wir es dann auch letztendlich anbieten. Das ist alles nicht so einfach. Da, boah, gehört viel Organisation, viel Herzblut vor allem dazu, um das Ding auch umzusetzen. Und denkt letztendlich auch an die Lizenzen. Das kostet ja alles ein Heidengeld. Ne, kostet ja Disney. Und ich möchte nicht wissen, was die Leute hinlegen. Ich habe auch eine Weilchen für Disney gezeichnet, ja, ähm, ich habe es halt als Auftrag, äh, in Auftrag gezeichnet. Und ich weiß halt, was das teilweise kostet, um eine Figur in der und der Form, äh, zu veröffentlichen. Mein lieber Scholli, da muss schon Geld liegen lassen, ne. Und das ist alles nicht einfach. Und ich sage ja, das dann letztendlich alles in den Kalender zu packen, äh, einen Preis zu machen, wo auch noch irgendwo bezahlbar ist, das ist so toll. Das ist toll, das ist großartig. Die Leute, wo das nicht wissen, den Hintergrund, darum erzähle ich euch das auch, die, die, die gucken nur immer hin und sagen, äh, viel zu teuer, was soll denn der Scheiß, Geldmacherei und dessen und jenes und wissen gar nicht, was alles dahinter steckt. Dann musst du das ganze Zeug produzieren lassen, du musst das ganze Ding packen lassen. Ähm, dann, dann kommt noch der Import. Der Export, der Export, das ganze Ding auch noch verpacken. Du brauchst einen Designer, der das ganze Ding hier macht, die ganze Verpackung überhaupt. Wie soll so ein Kalender aussehen? Was für Türchen machen wir rein? Wie ist die Perforation? Jedes einzelne Element an so einem Kalender muss erst mal gemacht werden, ne. Und, dass dann sowas zum Schluss hier bei euch zu Hause an der Wand hängt, ist schon eine großartige Geschichte und in der heutigen Zeit auch nicht mehr selbstverständlich. Weil ihr wisst ja, was das teilweise hier alles für Kosten sind und, äh, es wird immer alles teurer, noch und nöcher, wo soll's enden, keiner weiß es. Auf jeden Fall, wie auch immer, mit diesem Adventskalender habt ihr echt eine schöne Adventszeit, kann ich euch sagen. Ich würde es nicht sagen, wie es nicht so wäre, ohne Scheiß. Ihr wisst, ich schleim nicht. Wenn mir was in dem Kalender nicht gefällt, würde ich es auch sagen. Es kommt halt immer auf die Art an, wie man es sagt. Manche Dinge sind halt nur so oder so machbar oder möglich. Und ihr wisst ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Figur zeichne, mach eine Reinzeichnung und die Zeichnung geht dann an den Skulptur, dann macht der Skulptur die Zeichnung, also setzt die in 3D um. Und auch der Skulptur hat ja auch irgendwie seine Art, ne, seine Sicht der Figur. Und es kann sein, der macht dann eine ganz andere Skulptur, wie ich sie eigentlich in meinem Kopf hatte. Auch da muss man Kompromisse eingehen, sowohl als auch. Und das ist alles gar nicht so einfach, bis so eine Figur tatsächlich steht. Das kann ich euch sagen. So, Jitzekle, Meitante Miri, auch ein Daumen für dich hoch. Ach, Dankeschön. Boah, 505 Daumen. Leute, ihr seid ja lieb. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Also ich gebe euch und Grace hier einen Daumen hoch, definitiv. Mehr als verdient, ne. Ich stehe mal andere Figuren drauf. Mittlerweile stehen ja ab Mitte August Weihnachtssachen in den Räten, ne. Also ich kann nur sagen, wir haben hier, darf ja, soll ja keine Schleichwerbung sein, aber Kaufland und Co. Die haben ab Mitte August, haben die Zeug hier stehen, ne. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Und, ja, irgendwann krieg ich Weihnachtszeug ganzjährig oder so, irgendwie, wie ich das sehe. Boah, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, oh, doch steht, oh, doch nicht, egal. Ihr wisst, wie ich es meine. Ne, so, das sind auf jeden Fall die Haargummis mit Olaf auf dem Kopf, das geht ja gar nicht so um. Ach, ich kriege es nicht drauf, egal. Dann habe ich ja auch noch eine Art Tiergummi, steht der. So, das ist auch Gott zu drehen. Ha, sieht ja heiß aus. Okay, so, Kirsten, bei uns gibt es das ganze Jahr über Ostereier. Ja, genau, das sind so Geschichten. Das ist halt ein Auftrag, den zieht ihr durch, ne. Das begleibt euch da eine Zeit lang und dann vergesst ihr es auch wieder. Oh, Olafchen, komm, stehen bleiben. Das ist, was ich meine. Wisst ihr was? Ich schraube das mal ab, damit ihr sehen könnt, dass man es auch abschrauben kann. Und dann habt ihr hier eine schöne Ausstellfigur. So, so sieht es nämlich aus, genau. Seht ihr, das ist nur so eine Schraube, die ich dann hier in sein Köpfchen reingeschraubt, könnt ihr auch rausmachen und dann bleibt der nämlich auch stehen, unser Olaf. Ne, ist das nicht klasse? So, und die Charm-Bands, warte mal, kriege ich die über den drüber? So, über die Hände drüber, okay. Aber da sieht man ein Olafchen kaum mehr, ne. Egal, ich lasse mal so laufen. Ich halte es mal ein bisschen höher, die Kamera. So, ne, können wir es noch ein bisschen angucken. Genau, die Charm-18, ja. Sven, Olaf, Christoph, Elsa, ach, Dankeschön. Sven, Olaf, Christoph, Elsa, Anna und Hans stehen im Hintergrund. Ah, ja, also von links nach rechts, so wie ich das sehe, ne. Dann heißt der dritte Mann hier Hans. Okay. Ich will euch, wie schon gesagt, hier noch mal die Sachen zeigen. Die anderen, ist ja Quatsch, wenn ich die auch noch hier aufs Band drauflege. Die habe ich euch ja gezeigt. Dann würde ich sagen, dann beenden wir hier den Adventskalender von Grace. Wie schon gesagt, von mir kriegt der zwei mega fette Daumen nach oben. Toller Kalender, Grace. Habt ihr klasse gemacht. Wirklich Beifall, Applaus von mir, ganz toll. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf den nächsten Kalender nächstes Jahr, wenn ihr welche rausbringt. Großartig. Äh, ansonsten kann ich Grace eigentlich nur alles, alles Gute für die Zukunft wünschen. Und die nächsten Sachen, die sie auf den Markt bringen, die sind extrem innovativ. Denen fällt immer wieder was Neues ein. Haben den Markt jetzt schon ein paar Mal aufgemischt mit ihren Ideen, mit ihren Neuheiten, die sie rausgebracht haben. Und ich hoffe, so geht es auch weiter. Also ich wünsche Grace alles, alles Gute für ihren Weg. Äh, und ich sag ja, bei solchen Geschichten, da hast du einfach nur Freude dran. Ob es dir jetzt gefällt oder nicht, beziehungsweise ob es jetzt dein Ding ist oder nicht. Aber es ist einfach toll gemacht und das muss man anerkennen. Das ist qualitativ, absolut, hohes Niveau, klasse gemacht. Und dann auch noch solche Exklusivgeschichten, ähm, in so ein Ding hier reinzupacken. Wer macht denn das schon? Oder? Das ist natürlich für größere Verlage oder Hersteller, die das schon ewig machen, nichts Besonderes mehr. Aber ich finde, Grace dann auch noch hier aus Karlsruhe. Also großartig, echt großartig. Was für schöne Geschichten hier. Ne, auch die Buttons, die Aufkleberchen, Schlüsselanhänger. Also kein Scheiß dabei. Darum geht es ja. Ist Müll drin oder nicht in so einem Kalender? Und hier sind definitiv nur tolle Sachen drin. Ne, ne. So, also ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es das zum Adventskalender. Sonja, Grace, bitte bringt den Online-Shop an den Start, damit man die Blindbacks bei euch online kaufen kann. Genau, Grace, komm hier. Online-Shop läuft noch nicht richtig. Macht den fertig. Dann kriegt ihr einen Haufen Kunden. Die schicke ich alle direkt zu euch. Und dann schreibt den ruhig einen Gruß vom Rupi. Vielleicht kriegt er noch ein paar Bärchen mit dazu. Keine Ahnung. Leute, ohne Scheiß, 511 Daumen hoch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch alle. Haben so viele zugeschaut. Danke fürs Zugucken. Danke an Grace. Ohne Grace hätte es dieses Video nicht gegeben. Die haben mir den Kalender netterweise zur Verfügung gestellt. Viele, viele Special extra Hammer-mäßige Herzchen und Grüße an die Frau S. So ein netter Mail-Kontakt hatte ich selten. Und natürlich auch für die leckeren Bärchen. Die werde ich vielleicht auch noch nebenher essen. Leute, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Und ich melde mich später. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020